Das wollte ich als Kind werden. Basketballprofi, aber meine körperlichen Fähigkeiten und mein alter Herr haben dafür gesorgt, dass ich was Richtiges lerne. Der beste Rat meiner Mutter. Meine Mutter hat immer gesagt, wofür es immer gut ist. Und das beherzige ich jeden Tag. Meine heimliche Schwäche. Meine heimliche Schwäche. Ich weine bei Schulaufführung meiner Kinder. Mein Vorbild als Medienmacher. Da muss ich drei nennen. Das ist erstmal mein erster Chefredakteur, Herbert Wessels, der mir gezeigt hat, was am Journalismus wichtig ist. Dann ist es Kai Diekmann, der geschafft hat, sich selbst als Medienmarke zu etablieren. Und meine Frau Julia Höpfner, die in jeder Nachrichtenlage Frau der Lage ist. Mit diesem Spruch würde ich für mich werben. Da tue ich mich schwer. Ich denke mal, die Kollegen würden sagen, er hat immer eine Idee. Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören. Er hat es immer allen recht gemacht. und Fernsehen.